Herr Günscher, ich muss unbedingt noch einmal den Führer sprechen. Bitte, es muss sein. Es tut mir leid, Frau Goebbels, ich habe ausdrücklich im Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört wird. Bitte, Günscher, nur einen Augenblick. Bitte! Mein Führer, Frau Goebbels ist hier. Was ist denn noch? Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Morgen schon werden mich Millionen verfluchen, aber das Schicksal wollte es nicht anders. Stehen Sie? Oh, was soll ich passiert? Danke, Sie. Gerne.